Mein leute heute will ich euch was relativ cooles zeigen was mir vor ein paar tagen unter die finger gekommen ist und zwar sslabs.com das ist eine ziemlich coole seite da kann man nämlich genau drei sehr sehr interessante features ausprobieren und das eine hat was mit der sicherheit von dem web server zu tun das nächste was mit der sicherheit eures browsers und das dritte ist einfach sehr sehr interessant wenn man das mal so überlegt ich möchte euch das ganz kurz hier vorstellen und je nachdem wie viel ahnung ihr habt könnt ihr das dann natürlich auch mit meiner netzsicherheits playlist irgendwie in verbindung bringen die wird allerdings noch ein bisschen brauchen bis sie rauskommt ja wie gesagt das dauert alles ein bisschen bei mir ok was wir hier haben ist erst mal die sicherheit von dem-morpheus.de einfach mal so jetzt hier in den raum gestellt könnt ihr gerne jede webseite mit prüfen das ist auch nicht illegal oder sowas keine sorge und was wir hier sehen ist ich habe ein a plus gekriegt aber das ist natürlich nicht unbegründet erst mal habe ich hsts was das bedeutet ist bei mir kann man nur mit https auf die webseite zugreifen das heißt man kann nicht über http bei mir darauf zugreifen jeder traffic wird weitergeleitet über https und man wird dazu gezwungen das eben zu verwenden dann haben wir hier sehen wir mein zertifikat der fingerprint davon wir sehen den pin davon wir sehen für wen es ausgestellt ausgestellt wurde und wir sehen die seriennummer die habe ich euch auch schon irgendwann mal ne habe ich euch noch nicht erzählt kommt aber noch und zwar wird diese seriennummer hier zum checken von ungültigkeit von zertifikaten genutzt in sogenannten certificate revocation list ziemlich coole sachen das heißt wenn mein zertifikat irgendwann mal kaputt geht trage ich diese seriennummer hier in eine liste von let's encrypt ein und sagt sorry leute mein schlüssel wurde irgendwie geklaut oder mein mein server ist kaputt gegangen oder sonst irgendwas bitte das zertifikat ungültig machen und ja hier sehen wir wie lange das ding noch gültig ist und was ich für einen schlüssel benutzt habe hier sehen wir dass debian probleme hat mit schwachen schlüsseln deswegen ja wir sehen hier bei mir ein no zum glück wir sehen hier wer das zertifikat ausgestellt hat wie es unterschrieben wurde da könnt ihr gerne mal meine kryptographie playlist noch angucken da gibt es noch ein paar mehr informationen dazu wir sehen ob es noch ob es extended validation ist dazu mehr in meiner netzsicherheits playlist die kommt noch irgendwann wie gesagt dauert noch ein bisschen und hier sehen wir dann was ocsp ist werde ich euch auch noch irgendwann anders erzählen ist nicht so wichtig dns caa will ich noch implementieren dauert aber bis ich das irgendwie mal hinkrieg ich habe leider viel zu wenig zeit für alles und ob das ding ob dem ding vertraut wird aber ja coole sache hier sehen wir das noch also wer quasi auf dem fad liegt das heißt wir sehen hier let's encrypt wird erstmal nicht vertraut aber let's encrypt hat ein unterschiedenes zertifikat von dst root ca und die werden vertraut das heißt es wird let's encrypt vertraut und es wird mir vertraut ziemlich coole sache und ja wir sehen hier übrigens auch wie dieses zertifikat hier unterschrieben wurde und das finde ich leicht bedenklich dass das root ca zertifikat mit shay one signiert wurde aber die dinger sind halt leider einige jahrhunderte gefühlt gültig nein sie sind aber wirklich sehr sehr lange gültig ähm und deswegen wurde das hier noch mit shay one unterschrieben und nicht mit shay 256 aber egal wir sehen was ich für protokolle unterstützt hier sollte also tls 1.3 ist offiziell glaube ich noch gar nicht draußen richtig draußen ähm wir sehen dass ich tls 1.2, 1.1 und 1.0 unterstütze ssl tue ich nicht mehr unterstützen aus guten gründen weil ähm das ssl ist an sich gebrochen worden und sollte nicht mehr verwendet werden wir sehen hier welche cypher suits ich verwende dazu auch mehr in meiner ähm netz sicherheits playlist und und wir sehen hier was tatsächlich alles reinkommt also was mit was man sich alles mit dem server verbinden kann ähm welche davon wirklich sicher sind und welche eher unsicher sind wir sehen hier natürlich auch dasselbe für 1.1 und 1.0 aber das brauchen wir nicht dann hat hat der server verbunden äh sich mit einigen sehr sehr vielen verschiedenen geräten drauf verbunden und wir sehen hier dass ich ähm sowohl internet explorer 6 nicht zulasse als auch Java 6 nicht zulasse weil dieses äh die beiden naja benutzt hoffentlich keiner mehr sagen wir es mal so ähm wir sehen hier noch einige protokolldetails die relativ interessant sind und einige angriffe die zunächst einmal ähm ja einfach so dastehen aber es sind tatsächlich schwerwiegende angriffe auch bekannte angriffe die man definitiv ähm umgehen sollte und wir sehen hier beast attack not mitigated server side braucht man aber eigentlich auch nicht das sollte hoffentlich beim client auch nicht angreifbar sein zumindest wenn man einen einigermaßen aktuellen browser hat sollte das nicht der fall sein ähm wir sehen poodle ähm ist ssl3 wird bei mir nicht unterstützt deswegen habe ich kein ssl3 mehr über tls gibt es auch eine gewisse einen angriff der sich poodle nennt funktioniert aber ein bisschen anders und funktioniert nicht standardmäßig ähm dann ich verwende irgendwelche taktiken gegen ähm downgrade angriffe ähm ja wir sehen hier compression ist ausgeschaltet habe ich auch schon ähm in meiner netzsicherheitsplaylist kommt es dann auch ähm ist nicht gut wenn man compression an hat deswegen steht hier ein no rc4 ist die verschlüsselung das ist auch natürlich ähm ja wenn man die unterstützt die rc4 verschlüsselung dann hat man problem denn die ist nicht sicher wir sehen dass der server nicht angreifbar für hardbleed ist und für ticketbleed was beides sehr sehr schlimme angriffe sind das hier sehen wir auch wir sehen forward secrecy ist implementiert worden ocsp stapling ist implementiert hsts ist drin ähm ja also verschiedenste dinge die ich hier gemacht habe aber noch nicht alles public keypinning zum beispiel bin ich persönlich kein freund davon muss ich ehrlich sagen ähm hat aber seine gründe werde ich euch aber trotzdem zeigen wie das ganze funktioniert oder habe ich euch schon gezeigt je nachdem wann ich dieses video hier hochladen ähm genau http requests werden einfach weitergeleitet an also sie sind möglich aber sie werden weitergeleitet an https und hier unten sehen wir noch ein paar zusatz informationen ok so besonders cool ist es aber auch dass ihr euren eigenen browser testen könnt unter sslabs.com und zwar habt ihr hier die möglichkeit euch anzugucken was euer browser an vulnerability also schwachstellen sozusagen hat hier würde ich euch tatsächlich mal empfehlen eure gängelten webbrowser die ihr so regelmäßig benutzt einfach mal zu testen ihr solltet hier tls 1.2 haben ähm ansonsten habt ihr hier eigentlich einen veralteten browser ihr solltet logischerweise nicht angreifbar sein wegen logjam logjam wegen freak und wegen poodle ähm ihr seht hier was eure browser unterstützen ist im endeffekt genau dasselbe ähm ihr seht hier was wirklich gute sachen sind die euer browser unterstützt die hier bieten forward secrecy ähm die hier unten nicht ähm forward secrecy ist ein begriff den werde ich auch noch irgendwann anders erklären das macht jetzt hier keinen sinn oder ich habe ihn sogar schon ein paar mal erklärt ähm genau und wir sehen hier was tatsächlich hier für protokolle oder was tatsächlich beim protokoll rausgekommen ist ähm und wir sehen was hier alles für sonstige informationen ähm noch drin sind also ziemlich coole sache eigentlich zum testen und jetzt zum abschluss habe ich euch vielleicht noch eine sehr sehr informat ähm äh interessante informationen nicht informante interessenen oder so was ich gerade sagen wollte egal ähm auf jeden fall hier was ihr hier sehen könnt ist wie diese noten sich ungefähr verteilen das heißt wie viele prozent der server sind tatsächlich mit einer note f unterwegs ähm wir sehen hier immer noch 18.000 webseiten im august 2017 wurden getestet und ähm die sind extrem angreifbar und das bedeutet natürlich da kann man auch sehr sehr viel bösen kram damit machen sollte man natürlich eigentlich nicht aber ja ähm sehr viele websites haben immer noch schlechte verschlüsselung oder überhaupt keine verschlüsselung oder sowas ähm was man natürlich eigentlich verhindern sollte wir sehen hier dass auch 5,6 prozent der server eine falsche oder schlechte verschlüsselung anbieten ähm dass die zertifikat kette teilweise sogar nicht vertrauenswürdig ist ähm gut okay wir sehen hier das ist relativ gut ähm wir sehen aber hier immer noch einige 5.700 seiten bieten ssl version 2 was angreifbar ist version 3 sogar noch von viel viel mehr seiten unterstützt logischerweise ähm wir sehen dass manche webseiten hier ähm unter äh also verschiedenste unsichere neu verhandlung von schlüsseln unterstützen das heißt hier 1180 seiten wenn ihr da quasi einen neuen schlüssel aushandelt dann habt ihr ein problem also sehr sehr üble statistiken eigentlich die man hier findet wir sehen hier einige ähm unterstützen noch rc4 manche wollen kein oder unterstützen keine forward secrecy ich fand einfach die statistiken hier mega interessant wie viele tatsächlich noch irgendwie angreifbar sind wegen poodle oder drown poodle war hier unten ähm oder downgrade äh verteidigung quasi nicht drin haben ja also schon sehr sehr viele dinge 100 webseiten immer noch angreifbar wegen hardbleed ähm was echt üble sicherheitslücken sind in dem sinne und ja ähm ich wollte euch da einfach mal vielleicht darauf aufmerksam machen die statistiken fand ich einfach interessant hier könnt ihr euch selber testen oder euren webserver testen je nachdem auf was ihr mehr lust habt und das war es eigentlich auch schon wieder von meiner seite ich hoffe ich konnte euch ein bisschen helfen und wir hören uns beim nächsten mal bis dann ciao